Willkommen zu unserer heutigen Folge über süße und gesunde Ernährung. Wir werden beleuchten, wie sich Süße und Gesundheit sinnvoll kombinieren lassen. Menschen haben von Natur aus ein Verlangen nach Süße, denn in der natürlichen Nahrungskette signalisiert ein süßer Geschmack oft nahrhaftes, manchmal sogar vitaminreiches Obst, Gemüse oder Kräutern. Dieses Bedürfnis nach Süßem widerspricht einer gesunden Ernährungsweise also keineswegs. Ein Übermaß an Süßem, insbesondere durch die unkontrollierte Anreicherung industriell gefertigter Nahrungsmittel mit raffiniertem Zucker und Fruktose, ist in der Tat höchst problematisch. Dieser Überschuss an leeren Kalorien bei gleichzeitigem Mangel an wertvollen Nährstoffen führt unweigerlich zu gesundheitlichen Folgeschäden. Dem lässt sich jedoch effektiv durch den verstärkten Konsum natürlicher, pflanzlicher Süßungsmittel entgegenwirken. Ein hervorragendes Beispiel ist der Süßstoff Stevia aus der gleichnamigen Pflanze. Er enthält null Kalorien, besitzt aber eine bis zu 300-fach höhere Süßkraft als Haushaltszucker. Studien belegen zudem, dass Stevia bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels unterstützend wirkt. Eine mehr als kluge Wahl als Süßungsmittel also. Stevia ist zwar ein wertvoller Bestandteil einer ausgewogenen Süßungsstrategie, aber es sollte nicht die einzige Zutat sein. Natürliche Süßungsmittel wie Beeren, Datteln, Trockenfrüchte oder Bananen bieten eine Symphonie aus Geschmack und Nährstoffen, die Stevia allein nicht erreichen kann. Diese natürlichen Süßigkeiten verwöhnen den Gaumen nicht nur mit Süße, sondern liefern gleichzeitig wertvolle Nährstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe. Sie sind wie ein wohlklingendes Orchester, das Gesundheit und Genuss harmonisch vereint. Die beste Methode, um den süßen Genuss zu steigern, liegt in der Variation und der richtigen Menge. Testen Sie verschiedene natürliche Süßstoffe und finden Sie heraus, welcher Ihnen am besten gefällt. Verwenden Sie Beeren in Ihrem Müsli, Datteln in Ihrem Smoothie oder Trockenfrüchte in Ihrem Salat. Auf diese Weise wird Ihre Ernährung nicht nur geschmacklich vielfältig, sondern auch gesundheitsfördernd. Doch zurück zu Stevia. Spannende neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Stevia in Kombination mit bestimmten Pflanzenstoffen, sogenannten Flavonoiden, eine noch interessantere Wirkung entfalten könnte. Diese Synergie könnte neue Möglichkeiten eröffnen, die Süße auf natürliche und zugleich gesundheitsfördernde Weise zu genießen. Aber bevor wir tiefer in dieses Thema eintauchen, stellt sich die Frage, was genau sind Flavonoide? Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe, die keinen spezifischen Geschmack haben, sondern eher als Geschmackskomponenten in Lebensmitteln fungieren. Diese polyphenolischen Verbindungen sind in einer Vielzahl von Pflanzen, Obst und Gemüse zu finden und zeichnen sich durch ihre entzündungshemmenden, antioxidativen, antiviralen und antikancerogenen Eigenschaften aus. Daher sind sie wertvolle Verbündete bei der Prävention von chronischen Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen. Flavonoide können auch einen positiven Einfluss auf die kognitive Funktion, den Alterungsprozess und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer haben. Lebensmittel, die reich an Flavonoiden sind, wie grüner Tee und Beeren, zeigen vielversprechende Ergebnisse bei der Linderung der Symptome oder als präventive Maßnahme. Darüber hinaus tragen Flavonoide zur Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems bei, indem sie die Erweiterung der Blutgefäße fördern und die apoptotischen Prozesse im Endothel regulieren. Das Darmmikrobiom spielt eine entscheidende Rolle bei der Metabolisierung von Flavonoiden und erzeugt bioaktive Verbindungen mit verstärkter therapeutischer Wirkung. Diese sind besonders vorteilhaft bei neurologischen Störungen wie Autismus und Alzheimer. Das Flavonoid-Naringin aus Zitrusfrüchten ist ein faszinierendes Beispiel für die vielfältigen Wirkungen dieser pflanzlichen Substanzen. Zahlreiche Studien belegen die entzündungshemmenden, krebsvorbeugenden und antioxidativen Eigenschaften von Naringin bei bestimmten Tumoren, Osteoporose und Asthma. In klinischen Tests zeigte sich zudem, dass Naringin-Supplementierung das Körpergewicht, den BMI und die Cholesterinwerte senken sowie den Adiponektin-Spiegel bei Fettstoffwechselstörungen erhöhen kann. Allerdings hat Naringin Nachteile wie eine schlechte Wasserlöslichkeit und Stabilität, was die Bioverfügbarkeit im Körper einschränkt. Hier konnten Nanopartikelformulierungen Abhilfe schaffen und die Aufnahme für therapeutische Anwendungen deutlich verbessern. Sowohl Naringin selbst als auch seine aktiveren Abbauprodukte lindern nachweislich Fettleibigkeit, Fettstoffwechselstörungen und Insulinresistenz über bestimmte Signalwege wie die Aktivierung von Adenosin-Monophosphat-aktivierte Proteinkinase und Peroxysom-Proliferator-aktivierter Rezeptor Alpha. Darüber hinaus schützen sie Gefäßzellen vor schädlichen Substanzen wie Trimethylamin-N-Oxid, ein Vorteil bei der Prävention von Arterienverkalkung. Es gibt jedoch auch natürliche Möglichkeiten, die Bioverfügbarkeit von Flavonoiden für unseren Körper zu erhöhen. Besonders interessant ist die Kombination mit dem Süßstoff Stevia. Studien zufolge scheinen Extrakte aus Stevia-Blättern die Aufnahme verschiedener Verbindungen zu steigern, darunter Flavonoide wie Naringenin. Naringenin und Naringin sind eng verwandt, wobei Naringin eine Vorstufe von Naringenin ist, die durch Zuckerabbau entsteht. Somit erhöht Stevia die Bioverfügbarkeit verschiedener therapeutischer Verbindungen, einschließlich des Grapefruit-Flavonoids Naringenin mit seinen zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen. Die Synergie von Stevia und Naringin verspricht somit mehrfache Vorteile, verbesserte Bioverfügbarkeit und Resorption des Flavonoids sowie regulierende Effekte auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, das metabolische Syndrom und mehr. Zusammenfassend können wir mit der cleveren Kombination von Stevia Flavonoiden wie Naringin und anderen natürlichen Inhaltsstoffen süßen und Gesundheit genießen. Eine ausgewogene bunte Ernährung mit diesen pflanzlichen Nahrungsmitteln ist der Schlüssel zu einem vitalen, gesunden Lebensstil. Wie immer wünschen wir allen ein langes, gesundes und glückliches Leben. Bis zum nächsten Mal.